Wie Anna mit den Garfit-Prinzipien ihren Traumkörper bekommt. Anna hat zugenommen. Dabei ist sie doch ihr ganzes Leben immer so schlank gewesen. Was ist nur passiert? Eine Schwäche für Süßes hatte sie ja schon immer gehabt. Und in dem Büro, in dem sie jetzt seit einigen Jahren arbeitet, bringen ihre Kollegen ständig Gebäck und Süßigkeiten mit. Von den vielen Naschen ist Annas Bauch immer dicker geworden. Da ihr neuer Arbeitsplatz außerhalb der Stadt liegt, kann sie auch nicht mehr das Fahrrad zur Arbeit nehmen, sondern fährt mit dem Auto. Leider hat sich auch der Mangel an Bewegung negativ auf Annas Figur ausgewirkt. Dann ist Anna schwanger geworden. Und auch nachdem Baby Emma auf der Welt ist, erreicht Anna ihr Gewicht vor der Schwangerschaft nicht mehr. Besonders stört sie, dass ihre Oberarme so dick geworden sind. Fest entschlossen, ihre frühere Figur zurückzubekommen, meldet sich Anna im Fitnessstudio an. Stundenlang quält sie sich auf dem Cross-Trainer, besucht Aerobic- und Yoga-Kurse. Doch abnehmen tut sie nicht. Auch bei der Ernährung nimmt Anna einige Änderungen vor. Zunächst versucht sie es mit der Ananas-Diät. Diese stellt sich jedoch als nicht alltagstauglich heraus. Ihr nächster Versuch, die Keto-Diät, von der sie leider Kopfschmerzen und extrem miese Laune bekommt. Beim Intermittent-Fasting nimmt sie sogar ein Kilogramm Zustand ab. Und bei der Detox-Diät muss sie sich bereits vom ersten Alkenshake übergeben. Doch so schnell lässt sich Anna nicht kleinkriegen. Im Internet stößt sie auf den Personal-Trainer Stefan Riest mit seinem Konzept der ganzheitlichen Fitness. Ein sportlicher Körper sei demnach das Resultat aus Training, Ernährung, Regeneration und Mentalität. Anna ist begeistert und bucht sofort eine Probestunde. Stefan empfängt sie herzlich in seinem perfekt ausgestatteten Homegym und das Training geht los. Der Garfit-Coach ist freundlich, aber bestimmt. Und Anna trainiert so hart wie noch nie in ihrem Leben. Und nicht nur beim Training, auch bei der Ernährung steht Stefan ihr zur Seite. Endlich purzeln die Kilos. Bei Garfit steht Anna im Mittelpunkt und wird individuell betreut. In einer Stunde Training tut Anna mehr für ihren Körper, als sie es in zwei Stunden Fitnessstudio getan hätte. Mit Stefan trainiert sie nicht einfach ins Blaue hinein. Er hat einen klaren Trainings- und Ernährungsplan für sie. Hat Anna einen schlechten Tag, ist ihr Coach da, um sie zu motivieren. Durch intelligente Übungsauswahl kann Anna schon bald Erfolge feiern. Ihr Bauch ist flach wie noch nie. Beine und Po sind nicht nur schlank, sie hat auch endlich den Knackpo, von dem sie immer geträumt hat. Und ihre Winkearme sind starken, grazil geformten Oberarmen gewichen. Anna hat mit Garfit ihren Traumkörper bekommen. Auch du möchtest endlich abnähen, in Shape kommen und dich in deinem Körper wieder wohlfühlen? Klicke auf den Link unter dem Video und buche gleich deine Probestunde bei Garfit. Wir freuen uns auf dich! Das ist nicht... ... Untertitelung des ZDF, 2020